Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Jörg-Mengel-Frisseure. Die Schweiz und Jörg-Mengel-Frisseure, das ist mittlerweile also eine richtige Liebesgeschichte, weil die Belgien also auch aus der Schweiz ist, wie schon viele aus der Schweiz bei uns waren und auch sie möchte tolle Locken. Wenn ihr Spaß habt, schaut zu, los geht's und viel Spaß dabei. Die Schweiz und Jörg-Mengel-Frisseure 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 So, Freunde, wir sind fertig. und bist du gespannt okay ich wünsche dir viel spaß mit den ersten locken deines lebens jetzt schau rein in den kleinen rein und dass du dich so siehst den großen ich drehe dich mal vor den spiegel von den großen hast du es mal alles zusammen bist du happy dann sind wir auch happy ist ein wahnsinn das ist wirklich super toll dir gefällt es auch hat sich gelohnt ja schön schön ok ja wenn es euch auch gefällt dann darf ich euch wie immer bitten ein like da zu lassen gerne einen kommentar und wenn ihr fragen habt zu dem trend an dem wir wirklich spaß haben dann ruft uns an wir freuen uns auf euren anruf eine schöne zeit euch allen und bis zum nächsten mal und und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.